So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich modifiziere ein Auto und fahre mit dem Auto 500 Meter. Das Ganze mache ich jetzt genau hier. Zack, einmal modifiziert, ist der voll. Ja, 33% reicht erstmal. So, dann müssen wir mit dem Auto halt einfach 500 Meter einfach nur fahren. Mehr müssen wir nicht machen. Ich bin halt, warte mal, ich zeige euch das gleiche, wenn ich die Aufgabe fertig habe, wo ich gelandet bin. Nämlich, da lande ich sowieso gefühlt immer, weil ich halt da auch noch die Aufträge machen kann, beziehungsweise immer meinen Geheimauftrag, beziehungsweise meine Kopfgeldjagd. Oh ne, was macht er jetzt hinter mir? Ah, 500 Meter, denkt auch mal an zu zählen. Ah, müsste aber eigentlich gereicht haben. Wir sind jetzt bei 419 Meter. Also hier in der Tankstelle, dahinter Struggle. Und zack, so haben wir die Aufgabe schon geschafft. Ich fahre mal gerade wieder ganz entspannt hier dahinter. So, nämlich, es ist genau die Tankstelle. Warte mal, ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Genau hier ist Bagel und da ist eine ganz kleine Tankstelle. Da einfach landen. Ich habe mir jetzt noch einen Benzinkanister mitgeholt, einfach mal auf Verdacht. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn ja, lasst euch gerne ein Like da, mir ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der nächsten Aufgabe. Und in dem Sinne, haut rein.